wir spielen jetzt eine runde vom bau vom bau von dem langen klone tic tic können wir uns aus dem anderen kann schlagen was cool ist das denn? man kann glaube ich auch Bomben schlagen man sollte sie nicht ins Wasser schlagen hau ab lass mich doch in Ruhe oh nein alter oh scheiße ich kann sie ja nicht weg nein das wollte ich haben die will ich, das ist meins haha kann ich den auch schlagen? ich schlag den jetzt mal ja was ist denn das? oh alter der macht ja richtig Boom scheiße Spielefeld oh nein oh nein ah ja ist so wie Bomberman nur mit zu... was? was hat er gemacht? er hat mich einfach zu Tode geschlagen ok das gab es nicht von Bomberman ja zu gucken wollen wir nicht kontinuier hier kann man... oh Outfits hier muss man aber freischalten fuck ja mann wer wet panda ich würd sagen wir spielen einfach noch mal da runde gleich gooo save my account machen wir später und so öffnet er wahrscheinlich irgendein Fenster mit Privatdaten ach ich will immer wieder den Punkt ah doch mit dem Steuer... Steuerfest kann man ja auch nicht ne doch nicht ne doch nicht ah ich muss doch hier wachs D und mit J dann lege ich die Bombe mit K schlag ich zu oh wie fies alter der hat den einfach geschlagen ich schlag den jetzt zurück woala komm her du Sack für die Gerechtigkeit ah man kann ihn aufladen man kann ihn aufladen oh der macht dann so oh ne hä ich dachte ich schmeiß ihn damit raus also aus dem Spiegel wie man mich rausgeschmissen hat wie viele Pumpen kann ich dann weniger machen ja warum warum kam der mich jetzt schon wieder gut Martinio nächste Runde oh mein arme Kacke guckt drauf Freunde also bestimmt liegen da bin ich grad gespielt drückend ich steckt ich musste schön cool komm da bin ich dran scheiße oh alter jrrrrrrrrrr sieht aber bös aus oh die abgekang ich oh alter wir sind am Anfang nicht so viele Bomben Stirb. Stirb dran, hab ich gesagt. Oh, vielleicht nicht was er geht. Neh mich mit, danke. Hör auf! Mann! Ha! Ich hab ihn mitgenommen, glaub ich. Mann, dieses blöde Schlagen. Geh nur auf den Sack. Joa, Level 3 erreicht. Ich hab zwei Kills. Ich werde nicht. Wahrscheinlich den gerade eben. So, jetzt bin ich auch mal drin. Nein! Ah! Du Arschloch! Das wird jetzt einfach hier in Deckung. Nein, hau ab! Ich will dir noch nichts böse tun. Noch nicht. Power-ups werden cool. Kann ich damit vielleicht einen Power-Stall aufladen? Ja! Stirb an deiner eigenen Bombe! Verdammt! Ha! Ich hab einen eliminiert. Nein! Hör auf! Oh du! Drecksarsch! Die arme Katze guckt immer so drauf. Wollen wir was machen? Nein! Nur ein bisschen drüben. Oh ich hab einen Coin. 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 Ah man kann nur. Oh geil! Pau! Was ist das? Flampengulpschläger? Oh ich will das nehmen da schwer. Robo Bunny. Oh geil! Die kann man ja auch... Ah! Hm. Hm. Das kann man auch nicht machen. Ne. Alles. Macht zum Freischalten. Drei Klick. Nur gestorben. Ändert sich noch. Ins negativen. Das Spiel gibt es gratis bei Steam. Ich hab noch mal nicht gesagt. Das würde ich haben. Boah. Ich mach's wieder. So. Den haben wir jetzt hier. Ich dachte eigentlich eher andersrum. Continue. Continue. Ready up. Ich will einen verdammten Sieg. Ah. Hier gibt's auch. Bitte. Pass. Ah. Man sollte fest erst schauen und dann auch über die drücken. So. Komm. Ja. Da. Drüber. Drüber. Danke. Okay. 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 Heh. Volle Karmel. Meine Wommen. Oh. Meine Wommen ins Wasser geschwimmen. Oh. Ich mag die nicht. Die Böse. Oh Mann. Drei Sternchen. Drei Sternchen. Klammern wir uns einfach mit. Ah. Vielleicht müssen die Ultron. Oh. Das ist gut hier. Machen wir mal hier. Zack. Ich will uns aufpassen. Die Map wird kleiner. Die Map wird kleiner. Oh. Bei den Top 4 sind wir. Bei den Top 4 sind wir. Oh. Oh. Top 3. Alter. Warum sind die so groß? Hä? Da haben 4. Da oben stehen 3. Oh. Das ist echt fies. Oh. Scheiße. Oh. Ja. Ich habe einen eliminiert. Das ist sehr cool. Hau ab. Hau ab. Nein. Lass mich doch in Ruhe. Oh. Ich habe dir doch nichts Böses getan. Arschloch. Oh du Arsch. Oh ich kann sie so zurückschlagen. Ja. Selbst schuld. Jetzt machen wir uns den Sieg. Oh. Ich muss nur aufpassen. Ja. Nein. Töte ihn doch. Oh. Da wäre es beinahe geschehen. Oh. Nein. Oh. Bin ich doof. Ey. Ah. Schenke ich dir. Den Sieg. Und da reichen wir 4. Lass mich hier. Oh. Ah. Hier gibt es. Hier gibt man die Kostüme. Und die Emoji. Hm. Das ist über 3. Und groß. Ah. Den Shop gibt es auch. Ah. Oh. Da kochen wir uns jetzt 2. Ah. Ah. Hier kriegst du dich. Auf. Oh. Scheiße. Jetzt hab ich mir aufgepasst was ich. Wann hoch. Ja. Ah. Hier den Fisch. Und. Oh. Wie süß. Ah. Fröse. Oh. 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 Ah. Weiß nicht. Wollen wir mal runter? Ah komm. Ah komm. Bis auf. Löwen. Zündchen. Ja. Da kann ich nichts rufklippen. Drücken. 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 Fisch auf den Zündschmühlen, was er hat. Gibt doch wieder Geschwärm von Peter. Boah, hier, hier, den töten wir gleich. Oh ne, schade. Alter, klau doch mal einfach meine Dings. Meine Schuhe. Ich glaube, ich spinne. Oh ne, T-Organisation, weil der Fisch sind schnurrende Fässer. Da hat echt einer. Ja. Oh ne, komm, komm, das ist doch wieder so einer, der mich schlagen will. Hier. Boah, Alter, nein, nein. Er legt seinen Schlag auf. Uncool. Ja, hab ich auch. Oh, hey! Nein! Nein, Mann! Aber... Müsste er nicht aufgestorben sein? Mit seiner eigene Bombe? Hm... Ja, 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 ja. Okay, komm, ein, ein, zwei Runden dann. Haben wir's. Das wollen wir heute noch erreichen. Das wollen wir heute. Dann fangen wir ein bisschen an, dann kommt eine los. Der Ur-Drachen-Muss. Der Ur-Drache-Gip. Er pennt. Er pennt. Ich... ja, ich habe... ich habe... ein K. Was für ein Lama-Kill, aber ich werde jetzt beinahe selber gekillt, dass ich mir die Arsche kenne. Ja, komm her. Boah ey. Mach das nicht noch mal. Hör da ab! Hör da auf! Ah, hier nimm das. Nein! Boah. Noch gerettet mit der Bombe. Ähm, mit dem Wasser. Nicht mit der Bombe. Boah, nein du. Äh. Lass mich hier weg. Nein. Hör da auf! Ey! Ich hab mich nirgengeschlagen, weil du mich... Boah. Boah, weg damit. Woh. Woh. Boah, hör da auf! Hör da auf! Der Boomi schon wieder schlagen. Spiel fair. Spiele nur mit deinen Bomben. Alter, was hat... riesenbomben das ist man die zentrale ja was fein gemacht hast du meinen killer getötet könnte ich dir marschen ja und wir haben also wirklich mal haben immer an immer an so spaß gemacht vielleicht noch mal ein neues video an der 5 bis level 10